Hallöchen Leute Herzlich Willkommen wieder bei Nächste Folge von Black Ops 3 Ja Leute heute haben wir Hardcore Modus frei für alle und er könnte sein dass ich das Meer aus ja gibt ja hast du kein Hobbys oder was mhm mhm NEIN! Okay. Müssen wir ja mehr mehr geben. Uh! Nicht schlecht. Nein! Nein! Aber schon langsam, wir steigen uns. Das ist gut. Alter! Fick! Nein! Fuck! Ich konnte sofort schießen! Ich manchmal fängt an, zu spät zu schießen. Der Schluck wie Piddi! also ja klar das gab es kurz auf das ist das du weil ich wollte der bote glitzen auf die beine hätte er macht was ist das für scheiß ja tschüss ja von seite kommt der pisser und knall mich mit dem facken schrottfritte an was ist das ja gibt ja von seite glaube ich immer von aufnahme nicht sofort aufnehmen was wie hat der war kein gegner in umgebung kein einziger alter das kann nicht sein alle schütze hat ausgewichen der kommt noch von hinten der besser ja der kämpfer in wunder feindliche drohne gesichtet ich bin so ein nubi genug schlimmer geht nicht gern gestern habe ich sehr viel gesorgt weil da war ich viel besser als heute hier alter ich hasse camper Achtung feindliche vorräte von Achtung feindlicher wächter gesichtet Achtung feindliche Achtung feindliche oh shit ich muss immer aufwärmen für black ops 3 das ist das abnormal was für ja die kemper oh kopf verdammt mal du hast dich mit dem falschen angelegt mal sehen später so Leute das war's und wir sehen uns zum nächsten Mal Ciao Ciao